Ihr seid eine Runde aus Leuten, die grundsätzlich miteinander viben möchten. Es geht natürlich aber auch darum, wem tut es vielleicht ein bisschen gut, ab jetzt nur noch zu entspannen. Wer würde jetzt noch richtig abgehen? Ich! Ein, zwei Blicke sind jetzt gerade gefallen. Wir nehmen uns jetzt natürlich die Zeit, uns von einer Person ganz ausführlich zu verabschieden, die auch tatsächlich sehr viel zum Bein beigetragen hat, sehr viel Energie mit in diese Runde gegeben hat. Und jetzt ist Zeit für eine neue Entscheidung. Tatsächlich kann ich diesmal sagen, wir verabschieden uns von einer Person. Nicht mehr Teil dieser Party ist... Schäden, danke dir! Vielen Dank für deine Energie!